ja meine freunde willkommen auf einem neuen video auf meinem pascalations kanal ihr wisst bescheid wir reagieren zusammen auf die neue single von kianos modus ja ich würde sagen wir gehen direkt rein meine mutter hat gesagt jung gehe nicht raus die leute die du siehst haben die lunge voller staub hier im dschungel wird es laut immer wenn es nacht wird boah wie brutal fängt das denn an ne digga lass mal nochmal den einstieg hören meine mutter hat gesagt jung gehe nicht raus die leute die du siehst haben die lunge voller staub hier im dschungel wird es laut immer wenn es nacht wird jeder guckt so wie das system abschmiert wie die politik mit uns allen schach spielt meine stadt friert minus 8 grad hier du wirst rasiert wenn du dich uns in den weg stellst wir sind cl ficken leben so wie krebs stellen digga c4 klebt wir sind cl ficken leben so wie krebs stellen digga c 4 Wir sind CL, wir ficken so wie Krebszellen, Digga. Was für starke Zahlen auch, ne? Also bockt übertrieben, die ersten 25 Sekunden, Alter. Puh. Unsere Probleme sind zu groß für den Scheißdingen Rapnant, Alter. Sehr, sehr stark. Keanu ist auch eine Rap-Maschine. Er hat wohl mal seine Phase gehabt, wo man so dachte, wie soll ich sagen, feiere ich jetzt nicht mehr so. Aber grundsätzlich ist er natürlich ein krasser Rapper. Jeder, der das nach all der Zeit immer noch nicht eingesehen hat, den können wir echt nicht mehr erlitten. Digga, ich mache SapsuTeed so wie Batman. Digga. Und dann, diese Energie schreibt mich hier fast zusammen, hier, ne? SapsuTeed so wie Batman. Und wenn es sein muss, spricht meine Magdan. In meinem Kopf. Genau, und wenn es sein muss, spricht meine Rap-Maschine. Digga, ich hab's schon... Wenn... Klar bin ich zu... Na, klar bin ich raus, auf jeden Fall. Ähm, aber... Ähm, sehr stark, sehr stark, äh, Energie, so... Ja, hat Kernisch ja schon immer drauf gehabt. Was soll ich euch sagen, Leute? Das ist einfach purer Rap. Also, ich hab jetzt noch nicht mal eine Minute komplett gehüllt, so... Und ich könnte mir vorstellen, dass es der beste Song diese Woche ist. Wür mich überraschen, wenn da was Besseres kommt. Ja, es wird hier zwar musikalisch, aber trotzdem nice gemacht hier. Der Tod ist wieder so nah, ich flieg nach oben, liegt mir ne Rose auf meinem Grab. Äh, sehr starker Hook auch. Der Tod ist wieder so nah, ich flieg nach oben, liegt mir ne Rose auf meinem Grab. Mein Vater hat gesagt, Junge, geh da raus, hol dir alles, was dir zusteht, ohne den Applaus. Mein Vater sagte, geh da raus, hol dir, was dir zusteht, auch ohne den Applaus. Hab ich's richtig verstanden? Mein Vater hat gesagt, Junge, geh da raus, hol dir alles, was dir zusteht, ohne den Applaus. Aber unter meiner Couch ist noch immer eine Klick, Klick. Willkommen im District, schon mit 17 war das für mich wie ein Trick. Film, wie... Ja, ist auch nice, ne? So, ähm, unter meiner Couch liegt noch ne Klick, Klick. So, nach dem Motto, so, ich bin hier allzeit bereit, mir alles zu holen, was mir zusteht. Und wenn nicht mit Rap, ihr wisst schon Bescheid, Alter. Nice. Wann wir nochmal zurück hier? Stück? Mit 17 war das für mich wie ein Trick. Film fickt die Politik, diese Welt ist vergiftet, keiner von uns spricht mein Willen. Das ist ein Bild für die Leute, die nicht mit jedem Trend mitschwimmen. Hatte Instinkt, denn wir waren keine Rich Kids. Digga, bin fit, nehm wir alle auf den Tritt. Ja, ist nice. Geile Energie, geile Lines, einfach Rap, so, viel Aussage, so, viel Power, so. Coole Hook, so, ist stark, 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 kann ich nur sagen. Selten sowas Gutes gehört. Das ist nichts für Business, warte ab, bis ich einen von euch vor mein Gesicht krieg. Sehr, sehr starke Lime. Mit, zieh zu, alles blick dicht, schieß keine Picks, wenn ich sag, hier ist blitz schlecht. Mache tech, tech, wenn du grad vor mein Tisch frisst. Wer von, ich mach doch auf Witze, ich komme deine Stars und ich rappel sie. Ich führe mit der Industrie einen stillen Krieg. Digga, was soll ich euch sagen, Alter? Gefällt mir einfach so unfassbar gut, dieser Song. Digga. Puh, zerstört, Alter. Ja, sweet talk, so. Ja, sehr, sehr nice, Alter. Sehr, sehr nice, Alter. Ja, ihr wisst doch, Kianosch ist der gleiche geblieben. Jeder ist der gleiche geblieben. Nein, Spaß, aber ne Zeit lang hat man das immer gehört, deswegen kommt man da immer so leicht drauf, ne? Und ich pushe weiter, bis meine Seele in den Himmel fliegt. Sehr starke Zeile, Kianosch, Modus, brutales Brett, als er schon lange nicht mehr einen Song gehört, den ich so sehr abgefeilt habe wie diesen. Ich lege mir eine Rose auf meinem Grab, bin in meinem Modus, hol mir mein Glas, Digga, das Brot ist wieder so nah, liege nach oben, solange ich kann, leg mir eine Rose auf meinem Grab. Scheint hier schon zu Ende zu sein, denn jetzt kommt wahrscheinlich noch seine Box und so, ne? Ähm, ja, was soll ich euch sagen, brutales Ding, wir lassen mal laufen. Ich lege mir eine Rose auf meinem Grab, bin in meinem Modus, hol mir mein Glas, Digga, das Brot ist wieder so nah, fliege nach oben, solange ich kann, leg mir eine Rose auf meinem Grab. Die Hook fuckt auch überhaupt nicht ab, ist sehr nice gemacht, alter, auch von dem Message her, ähm, ja, hast Power, hast da so eine etwas chilligere Hook, ähm, ja, kann man machen auf jeden Fall, äh, starkes Ding, kann ich nur immer wieder sagen. Bin in meinem Modus, hol mir mein Glas, Digga, das Brot ist wieder so nah, fliege nach oben, solange ich kann, leg mir eine Rose auf meinem Grab. Ja, ähm, ihr supportet auf jeden Fall guten Rap, so, wenn ihr sagt, so, Keanu ist feierlich, holt euch eine Box und, ja, wenn ihr, äh, das Video, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne einen Kommentar da, wenn nicht, schreibt auch gerne und, ja, wenn euch, äh, wenn ihr Rap so, wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert auch gerne meinen Kanal, ich bin, obwohl, wir können auch kurz noch die Box laufen lassen, aber noch. Ja, das war's hier jetzt auch, äh, wie gesagt, äh, bestellt euch eine Box, äh, lasst ein Kommentar da, äh, Kommentar da, und wenn ihr überhaupt so fallt wie ich, abonniert auch gerne meinen Kanal, ich bin, raus, meine Freunde.